Musik 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 Und dann geht es hier weiter Force Game Bitte? Hier ist ganz viel, guck mal Ui Ui Musik Das ich musst du abbauen Was? Ich kann dich auch abbauen Warte, was denn? Was ist das? Monats, Monats, oh Was ist das? Was weiß ich, was Okay Kannst du aber auch, und so soll ich, jetzt kannst du gut zum Yu Yu Meta herstellen benutzen Oh, das Yu Yu Meta, das sagt mir was, das soll sehr gut sein Ist auch so, damit kannst du dir fast alles craft, was du willst Ja, aber das soll richtig viel Energie ziehen, hab ich, hat schon bei mir gesagt Doch Weil da bist du da mal raus, bist du mal alles hasch, oder? Wahrscheinlich, das dauert auch ewig Ja Da muss ja auch nicht so, die richtige Energie dafür rausfinden und holen und oh Oh, ey So ein gescheiß, aber dann, wenn du mal richtig in Fahrt bist, dann ist es unschlagbar What? Alter hier ist soviel, lol, was ist das? Ein blauer Busch, was ist ein blauer Busch? Pause ab Hab ich Habe ich das ist noch ein bisschen kein Eis mehr aufnehmen das ist nicht gut nein ich bin gefangen muss leider nur weil sie wegschmeißen ist egal ich muss erst mal ne Spitzhacke wieder machen, warte mal vielleicht auch ich brenne jetzt mal ein wenig Eisen ja mach ich geh nur ein bisschen fahren ich seh dich ja auf der Map bewegt dich halt nicht so weit bewegt mich gar nicht ja ok das ist noch besser aber richtig Dias hab ich auch noch nicht gefunden ehrlich gesagt was hast du noch gefunden? Dias so, ja stimmt kommt bestimmt noch User left to your channel geil ganz geil so ich hab auch ich weiß schon gar nicht mehr wieviel Eisen ich hab Koppel kann ich schon gar nicht mehr aufnehmen geil so viel Eisen hab ich schon hm als wär der jetzt auch immer da, weil er war kurz in der Aufnahme so, irgendjemand von Jumbo meint 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 warum wär's nicht denn geil da kann ich immer noch mit der Aufnahme ja darf ich noch ein bisschen ganz leise bleiben bitte du kannst dich auch muten so cool ich kann kein Eis mehr aufnehmen ich schon ja komm 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 zu den Öfen ja warte ich muss irgendwas wegschmeißen ich nehme ganz viel Kohle mit ich brauche mir Barley Seeds du nimm einfach mal mit ich brauche ich brauche kein rohes Schaffleisch hier doch da drauf da geht's nach unten da geht's nach unten da geht's nach unten fuck 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 wo bin ich hier das Uranium, geil okay das ist kein Uranium kack drauf alter was ich noch grün äh das könnte das Monat zieht Ohr sein brauchen wir das ich bin einfach mal mit ich hab keinen Platz also soll ich nach unten gehen Ah Juli ich hab was für dich was hier ist Uranium warte 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 ganz viel Uranium ah zwei Stück mal mache ich jetzt eine Kiste ja User Lefter Channel ja cool tschüss so so in zehn Minuten ist dann auch die Aufnahme vorbei weil länger dürfen wir nicht echt ja egal einfach noch ein wenig so ich hab grad voll Bock drauf ja fällt ja nicht auf nee wir hören auf okay wenn du das meinst ich hab dich verloren ich hab dich verloren was verloren ich hab dich verloren ich weiß nicht wo du willst warte hier warte hier warte 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 ja warte ja ich seh dich und hier war anscheinend schon jemand ah das war bestimmt dich ja du hast richtig ja genau 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 Alter hier ach ja Juli ja was will ich was die Le nee lol woher wie ja wie wie baut man die wie baut man denn mit Eisen nein wie dann äh mit ne Kiste mit zwei Wolle vier Strings und zwei Knochen wo ich wollte wo du vier Strings her aus der Baumwolle gemacht ah ok warte warte willst du noch mehr braten dann ging ein bisschen farm ist es wurscht ich kann doch erstmal ein kleines Lager aufschlagen zu sagen ja können wir ok warte hier 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 ich hab dem einfach alle Eis alle Erze oh Kohle bräuchte ich auch noch ich kann da nix reinlegen hä äh ich kann dir die Dinge nix reinlegen ne ich kann dir nix reinlegen hä gib her LOL äh kannst du bei dir was reinlegen äh in dein Backpack äh ich kann es auch nicht reinlegen äh wie heißt es äh äh Adventures Backpack Loll hä was ist das für ein Scheiß keine Ahnung Arschen du hast es falsch gemacht du musst es mit Eisen machen das ist das müssten meiner Backpack sein du Depp habe deshalb heißen die alle so unterschiedlich wo hast du bestimmt meiner Backpack meiner Backpack ist bei mir das ist das sechste Miners Backpack nicht steht da steht da du hast es falsch hier gebaut äh 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 die ich kann man nichts machen das 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 war geplant ja egal die 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 verschenken wir oder verkauft ihn gegen die uns ja klar das ist mit Kisten so 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 ich bin nahe würde ich mal sagen oder aber auch mit Schoen ich brauche Kohle ich habe keine Kohle warte so ich habe Kohle ja Gott langzamer Kohle man nicht schlecht sonst schon sprüchend die Kohle ab und hier muss man Kohle abbauen oder da haben muss man ich will dir keine Kohle was mit Kohle ist keine Ahnung ich bin gerade am Öfen tun also immer noch nein das Eisen da rein so jetzt pass auf Juli kommt mit Kohle Juli 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 hey das Eisen ja schon klar das Kohle hier läuft passt aber ich mache jetzt hier erst mal Waypoint würde ich mal sagen oder ja Waypoint ne New Waypoint ich nenne es einfach mal Lager dann dann go back warte ich wollte noch irgendwas geben ach hier warte das rohe Schweinefleisch oder das rohe Fleisch hast du das schon äh hab ich schon ein wenig was gebraten ja okay hier ist noch Kohle kann ich auch kann ich auch noch abbauen wenn du willst und da wäre noch da wäre noch ein Schaf ja tötend brauchen wir das für das andere Backpack blöde Wolle haben wir eigentlich genug aber ich brauche nur Seide okay okay kann man aus Wolle auch nicht Seide machen ne auch Seide kann man Wolle machen gell kann zwar äh aus Wolle auch Seide machen aber dann vielleicht ein Meserator hat schon was mit Technik zu tun wir haben wir keine Energie Jule einfach mal ruhig naja ich verstehe Leute bin ich da am Anfang wo mir waren ja geil ist doch cool dann kann ich hier noch ein Kohl bisschen Kohle abbauen weil hier ist überall noch Kohle falls die Kohle Branche einfach sagen naja ah ich will nicht so lange mal Hunger echt? ich hab jetzt meinen Hungerbald verloren ne doch echt jetzt hier warte ach ich wachs nicht schon mal hin ich wachse nicht Wachse nicht Wachse nicht Wachse nicht Her năm helmet von Achja Achso. Achso. Erstmal ausbauen. Scheiße, ich brauche eine Eisenspitzeige Party. Äh, Eisen ist im Ding drin. Irgendwas. Muss ich das auch noch selber machen? Natürlich. Aber weißt du was, weil ich so nett bin, mache ich sie dir. Danke. Lol, da ist ja noch ganz dunkel. Okay, halb dunkel. Nee, hier ist dunkel. Okay, komm, für deine Belohnung bringe ich dir ein bisschen Kohle mit nach Hause. Ja, komm, beeil dich. Ich habe Bock, Spitzack mit mir rumzutragen. Ja, hier. Da und da. Danke. Daher wären noch drei Kohle. Und ich hab nichts mehr zum Essen. Ja, äh, Essen ist im Ding drin. Ins die Kiste? Wo denn? Hä? Da ist kein Essen, ach doch. Ja, gibst du jetzt doof? Kann ich mal alles... Lol, hast ich das grad zitiert? Ja. Ah. Guck, was ist das blaue da? Das Aluminium-Oriberry-Bush. Geil. Busch. Wie's ja nach mir eben sagt, das ist ein Bursch. Ich tu einfach mal allen Scheiß rein, den ich da hab. Oh jo, machste schön. So. Okay, los geht's. Wo ich mein Essen? Ach da. Was ich hier echt vermisse, die Monster? Irgendwie schon. Okay, einfach mal runterspringen. Warte mal, ich glaub ich hab... Ich glaub ich hab nen Creeper gefunden auf Karte. Hä, auf der Karte? Ja. Äh, hab auch... Ich hab die Karte so gemacht, dass ich alles seh. Ach so. Äh, Monster... Hey, das ist doch nur... Das ist doch nur Race Minimap. Tarns Minimap. Ach so. Ja. Bei mir ist beim Radar alles an. Die Frage ist bloß, wie wir das rauskriegen sollen, alles. Was? Ja, die ganzen Sachen, wie wir die zu uns zum Grundstück kriegen sollen. Wichtig sind, wenn wir erstmal mit raus machen, mach ich mir erstmal Rüstung, also. Ach so. there shoulder. Nein, 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 nein. Da ich will keinen Block. Sollig auch gleich eine machen? Hm? Soll ich die auch gleich eine machen?! Das soll ich doch gleich eine machen? Prost um. Okay, ja. Okay, Kohle für Patty Nehme ich jetzt mal mit Krieg ich auch XP von Wie Level hast du schon? 18 Ich auch LOL Das nur vom scheiß Ohr raus tun Achso, ja, okay, gut 19, der Level zu voll schnell wird Ja, klar So Okay, ich komme wieder Kohle Gerade Tausch Danke Ich habe zwei Helme Ach nee, halt, ich habe meine Sonnenbrille Halt Jetzt mal schauen, was die Meerrüstung macht Die Sonnenbrille oder der Helm Der Helm Don't sing Ich habe einfach so scheiße Oh, oh, ich habe meinen Vater gerade gehört Wenn der jetzt gleich so rein stürzt hier in die Aufnahme, wie er gerade unten reingestürzt ist Ich glaube nicht so geil Hm, nee, ich glaube nicht Dann wird es so gehen Guten Abend Echt jetzt? Ja, wir haben gerade voll gehört Weil ich war der ganze Tag in Stuttgart Warte Ach, der in Stuttgart Weihnachtseinkäufe Geil, gell? Geil, gell? Geil, gell? Geil, gell? Geil, gell? Ich habe einen Schluck jetzt lang Ehrlich gesagt, ich habe noch keinen Diamant gefunden Ich auch noch nicht Ich bin glaube ich, das ist die Erklärung Wo das Borddiot ist bloß auf Höhe 25 als er hat, höher Hallo Ein Woher ist das hier? Orberry Bush Was bei euch läuft? Ähm Ohr-Busch Aber doch, so sagt ein Vollidiot wird Prozent der Bextreise oder was ja das ist der Wimplatten wächst es dann wächst da ist man es ja es soll die Prozent der Katzen brennen und dann kommt Warte eigentlich Puder rauskommen also bei die ich glaube die Höhle haben wir hier fertig nach jetzt kommen raus aber trotzdem Herr Wasser was was brettest du hier das sind die ergebnisse von den oberbischen wir können jetzt hier anpflanzen okay dann könnte daraus wieder was wachsen aber du kannst jetzt wenn du das jetzt abbaust kommt aber kommen die Busche die Busche ja die Büsche aber wieder raus oder die müssen erst wieder wachsen wie die äh Dinge äh 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 sonst kommt da nichts raus oder was so wie die Bärenbüsche aber was toll jetzt hast du die dahin gepflanzt so lol die machen schaden ach so ist halt wenn ich die jetzt kaputt schlag da kommt nichts raus ja aber du kannst die kaputt schlagen weil wir jetzt sie noch eh noch nicht brauchen ja doch da kommt wieder das Item raus da kommt der Busch raus ist ja klar ja da kriegst du mal die Kiste wieder rein mach ich die Kiste voll da 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 was hier zu viele Sachen ich guck mal gerade ob wir doch irgendwas haben wo nicht erforscht ist oh ja es war so langsam Blöcke zu machen ah stimmt da können wir mehr mitnehmen da können wir mehr mitnehmen Alter ohne Witz cool okay jetzt hier noch ach so dann komme ich zu dir zurück und dann beenden wir die Aufnahme äh oh oh so um ich bin ich da und dann warte so dass ein immer für das Zuschauen ich hoffe es gefällt euch das Projekt also wenn es euch gefällt daumen hoch wenn ich da runter also mir ist egal die weil sie mir für die abonnenten da und dann sagen wir bis zum nächsten Mal tschüss